Man hört immer wieder etlichen Angler sagen, im Sommer ist keine Forellenzeit. Ich gehe nur im Winter oder im Herbst angeln. Im Sommer fängt man sowieso keine. Und ich sage da völliger Quatsch, denn auch im Sommer kann man relativ einfach seine Forellen fangen. Nur es müssen folgende Bedingungen gegeben werden. Das Wasser, Wasser und Wasser. Die Forelle ist ja bekanntlich ein Kaltwasserfisch und gerade bei Patricks Angelteichen in Läden sind diese Bedingungen gegeben. Und es kann das ganze Jahr über auch bei Sommer bei 35 Grad Lachsforellen, kleine Forellen besetzt werden. Und trotzdem müsst ihr natürlich angeln können. Man muss immer wieder viel probieren. Aber am Ende des Tages kann man wirklich ein super stattliches Ergebnis einfahren. Alles weitere erfahrt ihr auf meinem YouTube-Kanal. Bis dann. Ciao.